Horror-Vorbild Kim – Schwangere Külie will nicht dick werden Großes Glück über erste Baby-Kilos? Nicht bei Reality-Star-Külie Jena, 20. Die junge Unternehmerin erwartet Gerüchten zufolge derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Schatz Travis Scott, 25. 20. Eine Nebenwirkung der freudigen Erwartung macht der 20-Jährigen jetzt jedoch besonders große Angst, Külie möchte auf keinen Fall so füllig werden wie ihre große Schwester Kim Kardashian, 37, in ihren Schwangerschaften. Sie hat große Angst, wie ein Ballon auszusehen, erzählte ein Insider dem Head-Magazin. Ihre kulinarischen Vorlieben will lieber Auti trotzdem nicht aufgeben und futtert weiter ihr geliebtes Fastfood.